ganz knappe kiste hier am ende das golden goal hat die entscheidung gebracht eine regel die man nicht zwingend mögen muss buschi ja deshalb wird sie ja bei großen turnieren auch nicht mehr angewandt natürlich hat der gegner nach dem treffer keine chance mehr zu reagieren ein fehler kann das ganze spiel entscheiden unfassbar aus welcher entfernung dieser ball einschlägt und da sieht der torhüter mal ganz alt aus den hat er unterschätzt wie fand es heute die leistung von mesut özil hat für mich tatsächlich in diesem spiel den ausschlag gegeben war der entscheidende mann mit seinen drei toren sensationelle leistung